oh bin schon live aber sowas von live ja herzlich willkommen hier auf unseren youtube kanal von olav und sven zusammen sind wir dösberg und möchten unser hobby unsere leidenschaft zur fotografie mit euch gerne teilen und wenn euch der kanal gefällt freuen wir uns natürlich über jedes abo und auch jedes feedback und like natürlich ist klar und in erster linie geht es um die fotografie hier bei uns klar werden wir auch sicherlich ein paar informationen zur technik geben aber im weitesten sind wir kein kanal der irgendwelche technischen sachen hier beschreiben soll sondern einfach nur so fotoerlebnisse das ist schon mal vorweg gesagt und ich sehe gerade wetter ist noch schön heute und vielleicht gehen heute noch mal raus mit der sony und den 200 200 bis 600 objektiv bin ich sehr zufrieden mit hat vielleicht in gewisser weise wie viele sagen paar defizite oder ja also fehler würde ich jetzt nicht sagen ich finde das optimal abgestimmt zu der kamera von der gewichtseinteilung ist also schwer überhaupt nicht ja drei kilo ist aber ist gut verteilt muss ich sagen wenn man seine hand hat und ansonsten habe ich schon gute bilder damit gemacht ja dann gehen wir mal hier im süden von berlins heute mal raus demnächst vielleicht wieder mit olaf würde ich mich sehr freuen wir sind schöne grüße an olaf ja und dann freuen wir uns wenn ihr weiter unseren kanal verfolgt und lasst einfach ein like oder kommentare wir freuen uns also ihr dann seid gespannt so hab schon mal ja so paar passende sachen mir rausgesucht hier für unsere foto jagd hier meine jacke ist ja noch nicht gekommen aber ich hoffe dass er nächste woche kommen wird die passende tarnjacke dazu ja demnächst auch noch ein bisschen andere kleidung und ja dann kann es losgehen ja bin wieder zurück hier von meiner kleinen fototour und hier am rande von berlin gestern waren wir ja in brandenburg hier mit olaf und meine wenigkeit zusammen sind für duisberg wie gesagt ja erkläre ich euch auch irgendwann mal wie der name zustande gekommen ist es ganz witzig aber wir wollen mal gucken ob die ergebnisse was geworden sind ich denke mal ein paar sind schon was geworden und wie gesagt lasst euch überraschen ja ja